Hallihallo Hallöle, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play vom Lampeschaft Simulator 19 hier von der LPG schwarzen Pumpe. Ja, wir wollen heute Wasser zur Obstplantage bringen, damit wir endlich ein frisches Obst haben. Und da sind wir ja auch schon. Oh, ich hasse diese Pfeiler. So, mal gucken. Ah da. Drehen wir einmal. Drehen wir mal. So, pumpen wir Wasser mal rüber. Und guck, wir machen mal Lucky Lucky. Läuft. Wie viel Wasser können wir eigentlich aufnehmen? Und dann noch mal. Okay. Und da sind wir mal. Schnell, wir kommen. Okay. Ah ja. Ah, 200.000 Liter, ok. Und es produziert auch schon, wie man unschwert. Und schwer erkennen kann. Und es produziert auch schon. So, hier muss ich gucken, wie was reinkommt. Hier kommt nämlich Kompost Erde, haben wir schön reingemacht. Der Wasser haben wir gerade reingemacht. So. Und wir fahren jetzt Richtung. Ui. Wir fahren jetzt zum Glück in Balea. So. Wir fahren jetzt Richtung ZBE. Was ist das hier? Rocken. Wir fahren jetzt zum Glück. Schuss. Ups. 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 die gleich gefunden haben die brauch auch wasser die 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 Mal gucken, was hier denn noch alles so Wasser braucht, wenn wir schon mal hier sind. Oh ja. Ähm. Die Frage ist jetzt... Ach ja. So, schau mal. So, schau mal. So, schau mal. Dünger und Flüssigdünger. Aber den Diesel müssen wir mal abholen. Beziehungsweise wieder Raps herbringen. So. Geh waschende Kartoffeln. Leerpaletten. Und Wasser. Und Brennstoff ist hier gar nicht aufgeführt. So. Und schau noch schnell. Wo alles noch... So. 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 Schweinefutter. So. 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 aber wo zum geier kommt hier wasser rein so dann laufen wir mal so wir wollen zur kartoffel waschanlage die ist hier unten oder haben wir da schon was da drin weiß ich gar nicht mehr oh ok 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 aber was war das hier ist ja die schweinefutter produktion die brauchen wir ja nicht wirklich weil wir ja aus vielen produktionen schweinefutter rauskriegen schau mal wo war die denn jetzt die melzerei molkerei hier hinten schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal haben wir fertig wir haben für dich so aber das sollst du erst mal gewesen sein für heute und sage ich mal bye bye und bis zum nächsten mal